Am Nachmittag des 6. September 1972 unternimmt eine junge Frau den schwersten Besuch ihres Lebens. Anki Spitzer geht in ein Zimmer eines Apartments in der Konoli-Straße im Olympischen Dorf in München. Es herrscht ein einziges Chaos. Essensreste, Fäkalien, Klamotten. An der Wand Einschusslöcher. Und viel Blut. Hier ist einen Tag zuvor ihr Mann Opfer eines Verbrechens geworden. Andrei Spitzer, der Trainer der israelischen Fechter, die an den Spielen in München teilnehmen. Hier in diesem Zimmer, das weiß Anki jetzt, wurden er und andere israelische Sportler von Terroristen gefangen gehalten. Zwei Teammitglieder starben hier. Anki Spitzer wollte unbedingt den Ort des Verbrechens sehen, damit sie verstehen kann, was passierte. Die Olympischen Spiele im Sommer 1972 beginnen als ein internationales Sportfest wie aus dem Bilderbuch. Spannende Wettkämpfe, friedliche und freundliche Menschen überall. Aber dann ereignet sich eine Katastrophe. Palästinensische Terroristen nehmen israelische Sportler als Geiseln und töten sie. Die Welt ist schockiert und am Fernseher live dabei. Wie es zum Attentat kommt, welche Fehler gemacht wurden und welche Folgen das Verbrechen hat, das erzählen wir euch in diesem Video. Am Abend des 4. September 1972 sind die Zuschauer der Olympischen Spiele in München noch völlig euphorisch. Die erst 16-jährige Ulrike Meifert holt im Hochsprung sensationell Gold. Besser könnte die Stimmung wohl nicht sein. Auch die Politiker und Bundeskanzler Willy Brandt freuen sich. Sie wollen die Olympischen Spiele nutzen, um die Bundesrepublik als demokratisches, friedliches Land zu präsentieren. Man will zeigen, dass man Nationalsozialismus, Militarismus und Rassismus abgeschworen hat. Die Spiele von München 1972 sollen das Gegenteil der Spiele von 1936 in Berlin sein. Das Ziel sind die heiteren Spiele, wie man damals sagt. Die internationale Öffentlichkeit ist garantiert, denn die Olympischen Spiele 1972 werden von Fernsehteams aus der ganzen Welt live präsentiert. Das wird aber noch zu einem Problem. Dazu später mehr. Zunächst ist die Stimmung sehr gut und gelöst. Bis zum 5. September 1972, gegen 4 Uhr nachts. Acht Männer klettern über den Zaun, der das Olympische Dorf umgibt. Tatsächlich werden sie gesehen. Aber weil sie Trainingsanzüge tragen, hält man sie für Sportler, die ein bisschen länger gefeiert haben und jetzt unbemerkt in ihr Quartier zurückkehren wollen. Aber sie gehen zielstrebig dorthin, wo Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft untergebracht sind. Die Terroristen gehören einer Gruppierung an, die sich Schwarzer September nennt. Es handelt sich um eine palästinensische Organisation. Der Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis schweht auch damals schon seit Jahrzehnten und ist immer noch ungelöst. Das jetzt alles hier total verkürzt. Ein Erklärvideo zur Geschichte des Konflikts findet ihr oben auf dem i. Die Terroraktion während der Olympischen Spiele 1972 soll vor allem international die Medienöffentlichkeit ansprechen. Um 4.35 Uhr beginnt der Albtraum. Die Geiselnehmer dringen in das Gebäude ein, von dem sie wissen, dass dort unter anderem israelische Sportler untergebracht sind. Zwei Männer aus den Apartments, die die Angreifer durchsuchen, können fliehen. Elf israelische Sportler und Trainer werden als Geiseln im Zimmer des israelischen Fecht-Trainers André Spitzer festgehalten. Es handelt sich um Spitzer selbst, um David Berger, Seehe Friedmann, Josef Gutfreund, Elisa Halfin, Amitur Shapira, Kehat Shor, Mark Slavin und Jakob Springer. Moshe Weinberg und Josef Romano setzen sich zur Wehe, aber sie können die Terroristen nicht überwältigen und werden von ihnen erschossen. Das Verbrechen bleibt nicht unbemerkt. Spätestens als die Terroristen Zettel mit ihren Forderungen auf die Straße werfen, ist klar, worum es hier geht. Die Angreifer wollen, dass inhaftierte Palästinenser freigelassen werden und auch die beiden deutschen RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Bis 9 Uhr soll das geschehen, also innerhalb weniger Stunden. Für sich selbst fordern die Männer freien Abzug und ein Flugzeug, mit dem sie fliehen können. Sollten sich die deutschen und israelischen Behörden nicht beugen, würden sie alle Geiseln umbringen. So drohen sie. Palästinensische Guerillas sind am frühen Dienstagmorgen in das Olympische Dorf eingedrungen und haben zwei Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft erschossen. Wie das bayerische Innenministerium bestätigte, haben die Terroristen, deren Zahl mit etwa 5 angegeben wird, mindestens 13 Geiseln in ihrer Hand. Die Polizei riegelt das Gelände rund um die Konoli-Straße ab. Außerhalb dieses Sperrgürtels gehen die Spiele weiter, geht das normale Leben weiter. Allerdings sammeln sich immer mehr Schaulustige und Journalisten auf den umliegenden Dächern und den Absperrzäunen. Israelischen Sportlern, die sich noch in anderen Apartments des Blocks befinden, gelingt es sich, über die abliegende Gebäudeseite in Sicherheit zu bringen. Bis etwa halb acht Uhr treffen hochrangige Vertreter des Olympischen Komitees sowie der Bundesregierung und auch der bayerischen Staatsregierung ein. Man nimmt auch Kontakt zur israelischen Regierung auf. Eine Polizeibeamtin stellt sich als Kontaktperson zu den Geiselnehmern zur Verfügung. Sie spricht immer wieder mit dem Anführer. Aber auch Politiker verhandeln direkt mit den Terroristen und bieten sich sogar als Austauschgeiseln an. Die Attentäter lehnen alles das ab. Auch der Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher verhandelt persönlich. Es gelingt, dass die Entführer ihr Ultimatum auf zwölf Uhr verlängern. Später sogar auf 15 Uhr. Dann auf 17 Uhr. Die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung beraten, was zu tun ist, was man machen kann, wie man reagieren kann. In der Einsatzzentrale weiß man nicht, wie man mit der Lage umgehen soll. Um handlungsfähig zu sein, ruft man allerdings Präzisionsschützen zusammen. Man sucht geeignete Stellungen aus, bildet mehrere Sturmtrupps. Das Problem ist, dass die Polizei nicht einmal weiß, wie viele Männer da beteiligt sind. Gegen Mittag trifft die Mitteilung ein, dass die israelische Regierung den Forderungen nicht nachgeben wird. Die Befürchtung, wenn man nachgibt, dann sind israelische Staatsbürger überall und ständig davon bedroht, auch als Geiseln genommen zu werden. Damit steht fest, dass man eine Befreiung der gefangenen Sportler versuchen muss. Aber wie? Die Attentäter sind gut vorbereitet und achten immer auf ihre Absicherung. Um 15.30 Uhr unterbricht der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees die Spiele. Kurz darauf geht ein Sonderkommando der Polizei in Trainingsanzügen und mit Sturmgewehren auf den Dächern, rundum sowie auf dem besetzten Gebäude selbst in Stellung. Man will die Geiseln befreien. Leider haben sich nicht nur mehr als 70.000 Schaulostige versammelt, gut 1.000 Journalistinnen und Journalisten, sondern auch geschätzt 700 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen auf der ganzen Welt. Denn die Kamerateams vor Ort übertragen live. Später hieß es immer wieder, die Terroristen konnten im Fernsehen live beobachten, wie die Polizisten in Stellung gegangen sind. Es ist nicht sicher, ob die Angreifer tatsächlich durch das Fernsehen gewarnt werden, aber auch unabhängig davon. Eine Befreiung der Geiseln aus dem Apartment scheint unmöglich zu sein. Jetzt fordern die Geiselnehmer, mit ihren Gefangenen nach Kairo ausgeflogen zu werden. Sie wollen ihre Freipressung aus einem für sie sicheren Land fortführen. Und diese Entwicklung bietet vielleicht eine Chance, Zugriff zu bekommen, wenn die Attentäter mit den Geiseln durch das Basement unter Geschoss des Gebäudes zu Fahrzeugen gehen, die sie zu einem Flugzeug bringen sollen. Aber auch hier sind die Terroristen zu vorsichtig. Sie wollen per Hubschrauber zum Flughafen Fürstenfeld-Bruck geflogen werden. Dort also muss die Befreiungsaktion stattfinden. Die Polizei stellt zum Schein ein Passagierflugzeug bereit. Gleichzeitig werden fünf Scharfschützen hingebracht. Fünf, weil man immer noch von fünf Geiselnehmern ausgeht. Und so ist die Überraschung groß, als die Terroristen mit den aneinandergefesselten Geiseln das Gebäude Richtung Helikopter verlassen. Es sind acht Terroristen, die mit Gewehren und Handgranaten bewaffnet sind. Diese wahnsinnig wichtige Information gelangt aber nicht zum Flughafen. Die Übermittlung klappt aus vielen verschiedenen Gründen nicht. Ein folgenschweres Desaster. In Fürstenfeld-Bruck war der Flugplatz hermetisch abgesperrt, weil die Polizei Scharfschützen postiert hatte, die die Geiseln aus den Händen der Freischärler befreien sollten. Eine gute halbe Stunde später landen die Hubschrauber in Fürstenfeldbruck. Die Geiselnehmer steigen aus. Zwei Terroristen begeben sich zu der bereitgestellten Boeing 727, aber die ist leer. Denn die Beamten, die dort eigentlich als Flugzeugpersonal die Geiselnehmer überwältigen sollten, haben sich zurückgezogen. Weil sie das Unternehmen als zu riskant eingestuft haben. Eigenmächtig. So riechen die Terroristen Lunte und laufen zu den Hubschraubern zurück. Dann bricht, kann man sagen, die Hölle los. Die Polizeischützen eröffnen das Feuer. Sie töten zwei Terroristen. Die anderen schießen zurück. Polizeiobermeister Anton Fliegerbauer wird getroffen und stirbt. Genauso wie mehrere Geisel, die während des Schusswechsels von den Attentätern erschossen werden. Das erste Feuergefecht dauert ungefähr 15 Minuten. Das bedeutet, dass hunderte Schüsse abgegeben worden sind. Ein wirklich heftiges Gefecht. In einer Feuerpause fordert man die Geiselnehmer zum Aufgeben auf. Aber die reagieren nicht. Ab jetzt herrscht für mehr als eine Stunde relative Ruhe. Es werden Schüsse hin und her abgegeben und die Polizei tötet einen Terroristen, der gerade eine Handgranate werfen will. Aber es bleibt eine Patz-Situation. Stellt euch das vor, mehr als eine Stunde liegt man sich in Entdeckungen gegenüber. Das Geknalle vorher haben natürlich die Menschen gehört, die um den Flughafen herumwohnen. Die strömen jetzt herbei und verstopfen die Zufahrten zum Flughafen. Auch Polizeiautos und Krankenwagen kommen nicht durch. Schon wieder gibt es Chaos. Und da verbreitet sich auch noch die Falschmeldung, dass die Geiseln befreit worden sein sollen. Selbst der Sprecher der Bundesregierung verbreitet diese positive Nachricht. Nichts ist leider falscher. Um Mitternacht herum kommen endlich gepanzerte Fahrzeuge an. Die verbliebenen Terroristen erkennen, dass sie im Nachteil sind und sprengen einen Hubschrauber in die Luft. Am Ende sind alle Geiseln tot. Drei Terroristen können gefangen genommen werden. Erst um 2.30 Uhr geben Bundesinnenminister Genscher und der bayerische Innenminister die Faktenlage bekannt. Dabei kamen die Geiseln ums Leben. Ebenso ein Beamter der Stadtpolizei München. Ein Hubschrauberpilot wurde schwer verletzt. Er liegt derzeit im Krankenhaus Hallaching in Behandlung. Wie viele Geiseln? Moment, ich komme sofort noch darauf. Es muss damit gerechnet werden. Es muss damit gerechnet werden, dass alle Geiseln dabei ums Leben gekommen sind. Am nächsten Tag, den 6. September 1972, hält die Olympische Gemeinde im Stadion in München eine Trauerfeier ab. IOC-Präsident Avery Brundage hält eine Ansprache und sagt, the games must go on. Nicht unumstritten. Was haltet ihr davon? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Am Abend demonstrieren zehntausende Menschen in München gegen den Terrorismus. Eine schöne Geste. Die deutschen Behörden sind aber auch wegen etwas anderem betroffen. Dass israelische Bürger in Deutschland ermordet werden. Das erinnert dann eben wieder an frühere Zeiten, in denen Juden in Deutschland verfolgt und ermordet worden sind. Die deutschen Behörden haben versagt, auf ganzer Linie. Sie haben versagt, sie zu beschützen und zu retten. Und dieses Versagen beginnt schon damit, dass vor den Spielen monatelang mögliche Bedrohungsszenarien durchgespielt worden sind. Dabei wird auch ein Angriff auf die israelische Delegation als Variante vorgelegt. Aber die Vorgesetzten wischen es vom Tisch. Zu unrealistisch. Dann kommt es doch so. Und man muss zugeben, dass die Polizei überfordert ist. Sie ist gedanklich nicht auf den Terrorismus vorbereitet. Sie besitzt nicht die nötige Ausrüstung, um Gegenmaßnahmen einzuleiten. Jetzt ist es immer einfacher, im Nachhinein zu sagen, welche Fehler passierten. Ganz klar. Und klar ist auch, dass es eine absolut schwierige Situation war und der Handlungsspielraum eng. Vieles wusste man einfach nicht. Und eben auch die erste erpresserische terroristische Entführungsaktion auf dem Boden der Bundesrepublik. Fakt ist, vielen Polizisten damals fehlte die geeignete Ausrüstung und Ausbildung für so einen Einsatz. Eine Maßnahme nach der Geiselnahme ist darum auch die Gründung der Grenzschutzgruppe 9. Besser bekannt als GSG 9. Die GSG 9 ist auf den Antiterrorkampf spezialisiert und kann in späteren Jahren gefährliche Situationen meistern. Angehörige von Opfern kritisieren noch bis heute, dass nicht genug an die Opfer erinnert wurde. Aber auch, dass sich viele zu spät oder gar nicht entschuldigt haben. Erst 2017, nach 45 Jahren, eröffnet im Münchner Olympiapark eine kleine Gedenkstätte für die Opfer des Terroranschlags. Das Olympia-Attentat von 1972 ist ein Einschnitt für die Bundesrepublik Deutschland. Aber es hat auch international gewirkt. Damals wie heute stellen sich Verantwortliche die Frage, wie weit man mit Terroristen verhandeln muss. Allein im Jahr 2020 haben Terroristen mehr als 4000 Menschen weltweit gekidnappt. Die Bedrohung durch Terror ist also leider sehr gegenwärtig. Soll man hart bleiben oder soll man nachgeben? Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr das Video von Terra X, das ich gerade schon erwähnt habe. Und darunter ein Video von uns, da geht es um weitere Terroranschläge in der Geschichte. Schaut da auch gerne mal rein. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.